Als Herbstfest war die Veranstaltung auf dem Schortenser Wochenmarkt am Donnerstag angekündigt. Bei schönstem hochsommerlichen Wetter wurde ein Sommerfest daraus. Keine Frage, dass bei diesem sommerlichen Vormittag die riesengroße Milchkanne auf dem Marktplatz besonders beliebter Anlaufpunkt war. Für Groß und Klein und Jung und Alt gab es dort in der Milchbar Vollmilch und Erdbeermilch zu probieren. Gemeinsam veranstaltet von den Markthändlern, der Stadt Schortens und dem Schortenser Landfrauenverein und mit Unterstützung der Landesvereinigung Milchwirtschaft gab es vor allem ein schönes Programm für die Kinder aus den Schortenser Krippen und Kindergärten.